Genügsamkeit Eine Geschichte zum Thema Brauche ich das wirklich? Hassan, der Kameltreiber, war ein armer Mann. Er lebte mit seiner Frau und seinen sieben Kindern in einer winzigen Hütte, in der eine bedrückende Enge herrschte. Da er nicht genug Geld verdiente, geriet er in immer größere Verzweiflung über seine Lage. Da hörte er von einem Waisen, namens Ibrahim, von dem man erzählte, dass er für jeden Notleidenden einen hilfreichen Rat hatte. Er machte sich also auf den Weg zu Ibrahim und schilderte ihm seine Situation. Sieben Kinder hat uns Gott geschenkt, und wir leben in einer so winzigen Hütte, dass wir alle zusammen kaum Platz zum Schlafen haben. Ich habe kein Geld, aber ich brauche mehr Platz für mich und die meinen. Kannst du mir helfen? Ibrahim fragte den Bittenden. Hast du Geschwister? Ja, war die kleinlaute Antwort. Das ist gut, sagte der Weise. Nimm noch vier Kinder deiner Geschwister zu dir in deine Hütte und komm dann nach einer Woche wieder zu mir. Hassans Frau brach in Wehklagen aus, als ihr Mann ihr den Ratschlag des Waisen mitteilte. Da man aber den Ratschlag eines Waisen nicht missachten durfte, ging Hassans Frau schweren Herzens zu den Schwägerinnen und brachte vier von deren Kindern mit nach Hause. Die Woche schien für Hassan nicht vergehen zu wollen. So unerträglich war die Enge. Als er dann endlich wieder vor dem Waisen stand, jammerte er. Die Hölle muss ein Paradies sein verglichen mit meinem Zuhause. Wir wissen nicht einmal mehr, wo wir uns zum Schlafen hinlegen sollen. Lächelnd fragte der Weise den Kameltreiber, ob er nicht ein Paar Hühner und Gänse besäße. Hassan bejahte. So nimm deine Hühner und Gänse auch mit in deine Hütte, sagte der Weise, und komm in einer Woche wieder. Bleich und übernächtigt sah der arme Hassan aus, als er sich nach sieben qualvollen Tagen und Nächten wieder bei dem Waisen einfand. Mit Tränen in den Augen berichtete er, wie er keine Nacht mehr Schlaf gefunden habe. Der weise Ibrahim fragte aber, Hat nicht eines von deinen Kamelen kürzlich ein Junges geworfen? Hassan wurde kreidebleich. Zitternd stammelte er, dass eine seiner Stuten gerade ein Fohlen geworfen habe. Und schon kam aus dem Munde Ibrahims die Aussage, Nimm auch das Kameljunge in deine Hütte und komm in einer Woche wieder. Als Hassan nach Ablauf dieser Frist vor dem Waisen erschien, brach er nur noch in ein verzweifeltes Schluchzen aus. Weine nicht, mein Sohn, sprach der Weise. Die Zeit deiner Lektion ist vorüber. Geh heim und schicke die Kinder zurück zu ihren Eltern. Lass die Hühner, die Gänse und das Kameljunge wieder ins Freie, Und dann komm morgen wieder zu mir. Am folgenden Tag, kaum dass der Muezzin die Stunde des Gebets verkündet hatte, Stand Hassan, der Kameltreiber vor dem weisen Ibrahim, Küßte den Saum seines Gewandes und sprach, Wie soll ich dir danken, du Größter aller Weisen? Groß ist meine Hütte jetzt geworden, wie der Palast des Kalifen. Glücklich und zufrieden sind wir, meine Frau, ich und die sieben Kinder. Ja, meine Frau meint sogar, wir hätten noch Platz für ein achtes. Da lächelte der weise Ibrahim, Strich sich zufrieden über seinen silbernen Bart Und entließ Hassan mit einem herzlichen Segensspruch Als den glücklichsten Kameltreiber.